Der Klimawandel rückt zunehmend ins Bewusstsein der Immobilienbranche und Unternehmen versuchen, über ihr Geschäftsgebaren und den Immobilienbestand ihren CO2-Abdruck zu reduzieren. Nachhaltigkeitskriterien sind nicht nur Teil der Strategien von Unternehmen, sondern sie gewinnen laufend mehr Gewicht und beeinflussen damit die Entscheidungen von Investoren, Entwicklern und Mietern. Mit meinen Arbeitskolleginnen Julia und Tamara und meinem Arbeitskollegen Daniel möchten wir nun darauf eingehen, wie wir diese Entwicklungen in unserem Berufsalltag erleben. Das Schlagwort der Stunde lautet ESG – Environmental Social Governments oder zu Deutsch die umweltgerechte sozialverträgliche Unternehmensführung. Julia, warum sprechen denn jetzt plötzlich alle davon? ESG und Nachhaltigkeit im Allgemeinen sind natürlich nicht nur immobilienspezifische Themen, sondern es tangiert uns aktuell in diversen anderen Branchen und auch Lebensbereichen. Trotzdem kommt der Immobilienbranche eine sehr hohe Verantwortung zu, denn Immobilien sind über den ganzen Lebenszyklus betrachtet für 40% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Entsprechend spüren wir auch, dass diese genannte Verantwortung sich auch immer mehr widerspiegelt in gesetzlichen Vorauflagen, beispielsweise die neue EU-Taxonomie, die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich oder auch das Pariser Klimaabkommen. Auch beim Thema Kapitalbeschaffung sind ESG-Auflagen immer mehr wichtige Punkte. Bei der Beschaffung von Kapital sind Nachhaltigkeitskriterien also wichtiger. Gibt es noch weitere Immobilienakteure oder Dienstleistungssparten, wo dies auffällig ist? Die gibt es in der Tat, ja. Also wir spüren das bei uns eigentlich in sämtlichen Geschäftsbereichen, sei das seitens der Anleger, von Investoren, von Nutzern wie auch von Bestandshaltern oder Projektentwicklern. Eigentlich tangiert das alle. Trifft es denn zu, dass Anleger immer mehr ESG-konforme Immobilien kaufen wollen? Ich würde sagen ja, denn es gibt auch noch andere Gründe, nebst dem gesellschaftlichen oder dem gesetzlichen Druck. Es lohnt sich also effektiv auch finanziell. Erstens, Stichwort bessere Finanzierbarkeit. Wir merken, dass Banken immer mehr auch auf Nachhaltigkeitsaspekte bei Immobilien achten. Es ist also so, dass mehr und auch günstigeres Geld verfügbar ist für grüne Gebäude. Wobei, ich würde sagen, langfristig geht der Trend eher in Richtung Risikoprämie für nicht nachhaltige Gebäude. Dann zweitens auch eine höhere Liquidität aufgrund der stark gesteigerten Nachfrage nach solchen Immobilien auf dem Markt. Wir haben hier letztes Jahr das Headquarter der Bank Big Day in Genf äussert. Und diese Immobilie hatte bereits bei der Erstellung vor über 20 Jahren eine negative CO2-Bilanz. Die konnte also die gesamten Nachbarliegenschaften mitheizen. Und diese Tatsache hat damals beim Endkäufer für ein sehr hohes Interesse und auch eine sehr hohe Zahlungsbereitschaft gesorgt. Zudem weiss ich von dir, Julia, ist es auch finanziell attraktiv aus Nutzersicht, oder? Absolut, ja. Die Nutzer haben eine sehr hohe Nachfrage nach ESG-konformen beziehungsweise grünen Liegenschaften. Entsprechend können passende Liegenschaften im Moment auch wirklich besser vermietet werden. Es gibt auch diverse, insbesondere grössere und internationale Unternehmen, die aufgrund eigener Auflagen überhaupt nur nachhaltige beziehungsweise zertifizierte Liegenschaften überhaupt für eine Anmietung in Betracht ziehen können. Auch wir hier bei Celal haben das gemerkt. Wir hatten das Glück, dass wir uns jetzt kürzlich hier im LEED-zertifizierten Prime Tower vergrössern konnten. Und auch beispielsweise Standardsuchen, die wir unsererseits begleiten durften, wie La Prairie oder Zalando, haben das auf dem Zürcher Markt kürzlich gezeigt. Was wir ebenfalls spüren, ist, dass auch kleinere Unternehmen schon erste Überlegungen in Bezug auf Nachhaltigkeit machen. Beispielsweise wird darauf verzichtet, Parkplätze anzumieten und dann stattdessen die Mitarbeitenden inzentiviert mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit zu kommen. Die Anforderungen der Unternehmen ändern also offensichtlich schneller, wie sich der Immobilienpark anpassen kann. Was bedeutet dies? Es könnte zu einer Knappheit an passenden Büroflächen kommen und an Büroflächen, die diese Auflagen im Moment schon erfüllen. Entsprechend ist es auch möglich, dass dafür im Moment höhere Mietzinse bezahlt werden. Insbesondere unsere KollegInnen aus London spüren das bereits. London ist einer der fortschrittlichsten Immobilienmärkte in Bezug auf Nachhaltigkeit und dort zahlen Nutzer bereits seine Prämien von bis zu 10% für nachhaltige Gebäude. In Frankfurt sind es sogar 19%. Und die Frage ist eigentlich nicht ob, sondern eher wann eigentlich sämtlich anderen Märkte folgen werden. Denn der Fakt ist, dass schlicht alle nachhaltige Immobilien wollen. In London, wie beim vorherigen Beispiel, ist es zum Beispiel so, dass wir schon sämtliche in naher Zukunft auf den Markt kommenden nachhaltigen Immobilien sind schon voll vermietet. Die Nachfrage nach Net Zero Carbon Bürogebäuden übertrifft das Angebot um ein Dreifaches. Wenn die Flächennachfrage nach nachhaltigen Büros so stark zunehmt, wie gehen dann die Investoren damit um? Also zumindest die Schweizer institutionellen Investoren haben sich zunehmend irgendwelchen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, wenn auch die Ausprägung dieser Ziele sehr unterschiedlich sein kann. Um schlussendlich beurteilen zu können, wie groß die Anzahl dieser Investoren ist, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, haben unsere Kollegen in Deutschland übrigens eine sehr interessante und auch für die Schweiz repräsentative Umfrage unter institutionellen Investoren durchgeführt, wonach immerhin 70 Prozent der befragten Investoren angab, dass sie dem Thema ISG bei Ankaufsprüfungen von Liegenschaften eine hohe bis sogar eine sehr hohe Bedeutung beimessen. Und diese Umfrageergebnisse aus Deutschland decken sich auch ziemlich gut mit unserer Wahrnehmung hierzulande in der Schweiz. Investoren mit einer ISG-konformen Anlagestrategie sind also längst keine Minderheit mehr. Welche Nachhaltigkeitsziele verfolgen den Investoren konkret bei uns? Ja, wie Daniel erwähnt hat, sind es vor allem die grossen institutionellen Investoren, die bereits konkrete Ziele definiert haben. Hier geht es eigentlich oft um maximale Werte, um Kennzahlen, zum Beispiel zum Energieverbrauch. Die Labels an sich spielen gar nicht so oft eine Rolle. Andere Anleger haben zum Beispiel das Ziel der Reduktion von fossilen Heizsystemen. Generell kann man sagen, dass die meisten Anleger sich eigentlich an den Zielvorgaben der Schweiz und der EU zur generellen Reduktion von Treibhausgasemissionen orientieren und haben zum Beispiel CO2-Absenkpfade definiert. Um nochmal auf das Thema Label zurückzukommen, bei den acht grössten quotierten Immobilienunternehmen, da hat lediglich eine Firma das Label in ihre Ziele integriert. Wir merken hier manchmal, dass es gar nicht so einfach ist, weil wir Schweizer sehr spezifische Labels haben, die nicht wirklich international vergleichbar sind. Ein Beispiel, wir konnten kürzlich das Bankgebäude von BNP Paribas in Genf veräussern und diese Liegenschaft hatte ein Schweizer Label. Hier hatten im Verkaufsprozess vor allem internationale Investoren Mühe, das Label zu verstehen, auch die Details oder die Auswirkungen effektiv zu analysieren oder es auch mit ihren bestehenden internationalen Labels abzugleichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine Eintrittsbarriere in den Schweizer Markt darstellt, aber es kann im Ankaufsprozess definitiv ein Hindernis oder eine Schwierigkeit darstellen, insbesondere für internationale Investoren. Spürst du und dein Team dann die zunehmende Gewichtung von diesen Nachhaltigkeitskriterien auch bei Transaktionen? Ja, definitiv. Also wir merken, dass es für Investoren ist es ein sehr starkes Bedürfnis bereits, in einer sehr frühen Phase unseres Transaktionsprozesses dem Thema Nachhaltigkeit zu begegnen. Also wenn wir eine Immobilie verkaufen, dann zeigen wir ja grundsätzlich immer Wertsteigerungs- und Entwicklungsmöglichkeiten auf. Und das Thema ISG gehört hierbei definitiv auch dazu. Also im Informationsmemorandum zum Beispiel zeigen wir bei nicht nachhaltigen Immobilien immer sehr konkrete Vorschläge und Hilfestellungen auf, wie man die Immobilie nachhaltiger gestalten kann. Wir müssen hier die Investoren wirklich von Beginn an abholen. Kannst du ein Beispiel nennen von einer solchen Hilfestellung, wie ihr das gemacht habt? Ja, Ende letztes Jahr konnten wir eine Wohnliegenschaft in Schaffhausen veräussern. Das war eine circa 40-jährige Liegenschaft, grössenteils im Originalzustand und die hatte eine Gasheizung. Dort haben wir in den Verkaufsunterlagen klar aufgezeigt, zum Beispiel was möglich ist bei der Umstellung auf ein nicht fossiles Heizsystem. Zum Beispiel wäre eine Erdsonde mit Wärmepumpe möglich. Zudem haben wir dort in den Unterlagen auch gezeigt, dass es möglich ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren, inklusive maximal mögliche Fläche auf dem Dach. Wir haben Potenzialberechnungen gemacht zu CO2-Einsparungen, genau diese Dinge. Ich muss aber sagen, wir leisten immer proaktive Hilfestellung. Es liegt natürlich schlussendlich in der Verantwortung des Kaufinteressenten, diese Massnahmen zu prüfen und dann auch effektiv umzusetzen. Aufgrund der höheren Bedeutung dieser Nachhaltigkeitskriterien werden diese zusätzlichen Informationen sicherlich geschätzt. Haben dann Investoren für nachhaltige Immobilien auch automatisch eine höhere Zahlungsbereitschaft als für nicht nachhaltige Immobilien? Das lässt sich nicht ganz so einfach pauschalisieren. Aus unserer Sicht ist der wichtigste Werttreiber nach wie vor die Lagequalität einer Immobilie. Das heisst, diese Prämisse Lage, Lage, Lage besitzt auch heute noch ihre Gültigkeit. Zumal wir tatsächlich auch Spitzenpreise beobachten und Spitzenrenditen für nicht nachhaltige Immobilien, sofern sie sich in absoluten Top-Lagen befinden. Wenn aber zwei unmittelbar benachbarte Liegenschaften und auch sonst ähnliche Objekte unterschiedliche Nachhaltigkeitskennwerte aufweisen, dann würden wir schon behaupten, dass für die nachhaltigere der beiden Liegenschaften durchaus eine höhere Zahlungsbereitschaft besteht. Diese Aussage kommt nicht ganz unerwartet. Wie fliessen denn nun Nachhaltigkeitsaspekte konkret in die Immobilienbewertung ein? Also zunächst einmal ist es wichtig, und das klingt jetzt banal, aber dass eine Bewertungsmethodik gewählt wird, die sich überhaupt dazu eignet, veränderte Nachhaltigkeitsaspekte einer Immobilie berücksichtigen zu können. Und da können wir in der Schweiz froh sein, dass sich hierzulande die DCF-Methode bereits bewährt hat für die Bewertung für Anlageliegenschaften. Denn mit dem DCF ist man in der Lage, die Effekte von energetischen Sanierungen auf das Mietzinsniveau oder auf die Kostenstruktur einer Liegenschaft in den Zahlungsströmen berücksichtigen zu können. Was sich bei statischen Bewertungsmethodiken deutlich schwieriger darstellt. Das heißt, in der Schweiz haben wir zumindest keinen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Wahl der Bewertungsmethodik zu erwarten, da wir hier schon gut positioniert sind. In anderen Ländern, wo teilweise statische Methoden noch dominieren, sieht das teilweise anders aus. Das hört sich für das Schweizer Bewertungswesen ja schon mal durchaus erfreulich an. Ist es aber korrekt, dass zumindest Bewertungsannahmen angepasst werden müssen? Absolut richtig, und das ist genau der springende Punkt. Allem voran betrifft das die Annahmen für die Kosten von Sanierungsmaßnahmen, für Instandsetzungsmaßnahmen, zu welchen die bisherigen Benchmarks entweder gar keine Gültigkeit mehr besitzen oder zumindest neu kalibriert werden müssen. Denn eine Sanierung unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kommt einfach mit höheren Kosten daher. Der von Tamara soeben erwähnte Heizungssystemwechsel auf eine Wärmepumpe beispielsweise, ist einfach deutlich teurer als der simple Ersatz einer Gasheizung und somit ein gutes Beispiel dafür. Andererseits können durchaus nachhaltige Sanierungsstrategien auch positiv Einzug nehmen in die Bewertungen. Beispielsweise sind durchaus aufgrund der höheren Nachfrage nach solchen Mietflächen höhere Marktmieten begründbar oder auch kürzere Absorptionszeiten oder geringere Mietzinsausfallrisiken. Du hast erwähnt, dass es vor allem bei den Instandsetzungsmaßnahmen zu Anpassungen kommen wird. Wie sieht es dann aus beim Diskontierungszinssatz? Ist auch da was angebracht? Das ist in der Tat eine Frage, die uns als Bewerter gerne als erstes gestellt wird, da der Diskontierungszinssatz gerne als der wichtigste Auslöser für Wertveränderungen angesehen wird und sich zudem auch noch sehr komfortabel mit anderen Bewertungen vergleichen lässt. Doch ist nicht zu unterschätzen, dass die soeben erwähnten Inputparameter in den Zahlungsströmen im DCF durchaus sogar einen größeren Anteil oder einen Effekt auf dem Marktwert nach sich ziehen können, als die Veränderung eines Diskontierungszinssatzes um fünf oder um zehn Basispunkte. Wenn aber der Cashflow einer Liegenschaft als besonders risikolos erachtet wird und das Investoreninteresse oder die Investorennachfrage nach einem nachhaltigen Produkt als ganz besonders hoch erachtet wird, dann kann das durchaus auch die Wahl eines tieferen Diskontierungszinssatzes begründen. Nur lässt sich das nicht so schematisieren, weil die Immobilie per se und diese Nachhaltigkeitsaspekte viel zu heterogen sind, als dass sich das schematisieren ließe. Und wichtig ist noch zu erwähnen, dass Sorge dafür zu tragen ist, dass es nicht zu einem Double-Counting der Effekte kommt, indem die Effekte einerseits in die Cashflows Einzug nehmen und gleichzeitig noch in einer Anpassung des Diskontierungszinssatzes. Das heisst, es zeichnet sich noch kein Standardverfahren ab, wie man dies genau umsetzen soll. Sonst bleibt wohl eher eine Einzelfallbetrachtung. Ich denke, dies macht in Anbetracht dessen, dass Immobilien ja immer auch eine gewisse Einzigartigkeit aufweisen, sicherlich nachvollziehbar. Julia, Tamara und Daniel, herzlichen Dank für eure spannenden Ausführungen. Mehr zum Thema finden Sie in unserer Büromarktsstudie. Diese ist frei erhältlich auf der Website von JLL. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.